Die ETAB 21i Merlin aus den Jahren 1999 ist ein neues Schiff, das wir hereinbekommen haben. Sie glänzt durch ihren nagelneuen VC-17 Anti-Apprauling-Anstrich, den wir hier aufgetragen haben kürzlich und ist allgemein in gutem Zustand, hat eine schöne Ausrüstung. Ich gebe zu diesem Schiff einen nachgekauften Viertaktmotor von Yamaha mit 8 PS und dann schauen wir mal in das Schiff hinein. Das Schiff ist ausgerüstet mit einer Kuchenbude, die haben wir hier momentan nicht aufgebaut. Hier sind aber die Bügel zu sehen, dort sind noch die Reißverschlüsse zu erneuern, die zur Anbindung an das Sprayhood dienen. Das Sprayhood ist aufgebaut, das Cockpit ist aufgeräumt, der Kompass ist vorhanden. Schauen wir in die Kabine hinein, hier ist ein neuer Fußboden reingekommen, der optisch sehr schön aussieht. Das Schiff ist in einem üblichen Gebrauchszustand, Pantry ist sauber und sieht alles recht ordentlich aus. Wir haben noch zusätzlich bei dem Schiff den Traveller im Angebot, sodass das Schiff rundum sofort im Startzustand ist. wo es noch etwas dick ist? So, so machen wir,